Wann müssen du alles drüber aufnehmen? Ja, die anderen dürfen nicht. Ey, Dima, ich hab die beste Mira-Street. Hm? Guck mal, du platzierst das hier unten so im Ducken, so. Und dann wollen die mich abballern und dann schießt die voll auf die Geile. Ey, das ist epic. Ich bin voll schlau, ne? Ja, das war meine Idee, Alter Mann. Ja, das war eigentlich meine Idee. Ja, die, ja! Ah, die hat die Geise nicht getroffen. Aber jetzt, versuch. Ja, die schießt auf die Geise! Klappt das? Halbwegs! Ja! Nice! Wow! Wow! Ich kann nicht mehr, Leute! Ich kann nicht mehr! Geil! Ich hasse euch! Ich kann nicht mehr, das war zu! Junge, mein nächstes Video 200 IQ Mira-Window-Placement, Alter! Das waren meine Idee, du Mixer! Wenn du den so killst, dann blase ich dir ein. Manu, ich durnette 5 Euro, wenn du den so killst. Er geht schnell wieder rein! Junge, wo ist denn geworden? LOL! 5 Euro und einen Blowjob, Alter! Ja! Junge, Alter! Und das... Er war draußen, Digga! Ah! Oh mein Gott! Geht das? Waaah! 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 Waaaah! Waaah! Waaah! Mach du noch nicht! Waaah! Waaah! Ich steck' fest! Jetzt mach mal jetzt hier Finka! Komm mal her! Finka, Mann! Ja, was? Finka! Ja, das ist im Glitch! Danke, Finka! Was war das, Alter? Was ist das passiert? Badezimmer sind zwei. Oh, schade! Bennet ist tot! Ich kann nicht so... Oh fuck, es war... Was war das? Ella ist hier auf den Stairs. Echt? Ella ist Yellow, Ella ist Yellow. Warte dir mal, ich mach' ein... Heftigen Move! Bleib da, bleib da, bleib da! Schreib ich das? Nein, schaffst du nicht! I'm gonna go for it! What?! Ohhhh! Schade! Aber er sieht mich da, ich lieg' mega kacke hier! Egal! Was macht der denn? Ist der bei dir? Warte, warte, warte! Er geht raus! Ich glaub' er hat den Diffuser nicht! Ach Gott, ey, 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 ey! Rennen ganz weit außen rum, Marvin! Ich lag' ab! LOL! Nein! Nein! Hahaha! Diffus, Diffus, Diffus! Diffus, Diffus! Diffus! Er ist runtergefallen! Er ist runtergefallen! Oh, shit! Ist das ein Liffus? Doch, doch, hier! Ja! Hahaha! Scheiße! Immer kriegt Dima die Ninjas! Hahaha! Dima ist ein Abstauber! Ehm? Aber warte, mach den zu er! Was? Ich hab sogar extra geschossen! Aber Marvin, ne? Eine Sekunde gewartet, der wäre runtergefallen! Scheiße, Mann! Das ist ein Liffus! Oh, shit! Komm von hinten! Links! Rechts! Ne? 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 Ist das dein Ernst? Tumale! Ist das dein Scheißernst?! Tumale! Tumale! Hm? Boah! Diffuse on ping? Das heißt nicht Diffuse, das heißt D'Futze. Oh mein Gott! Ja, Alpha-Pick! Kurva! Tito! Ach komm komm Alpha-Pick! Oh E-Pish E-Pish! Ah! 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 Black-Eyes IQ! 1-Moll! 1-Moll! Ah! 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 Ich bin einfach gekommen, Alter! Hat man gehört, Alter? Ah! Kannst du's bitte aufnehmen? Scheiße, Mann! Boah, Alter! Aber bitte killt mich nicht! Zeig' mal! Das sieht mich scheiße aus! Hahaha! Hahaha! Du machst schon! Was labert ihr? Hahaha! Hey! Ich hab keinen Trap, wenn du jetzt durchläufst! Ja! Danke! Haben beide Boxen rechts in der Ecke! Warte! Capcans Rapp! Naaah! Ich seh wie... Ey! Ich seh... Er ist bei Capcans Leiche! Puls! Ich hab ihn gesehen! Hahaha! Da wo Capcans gestorben ist! Hallo, er ist bei mir! Du kiffst ihn eigentlich, Marco! Achso, eigentlich! Hä? Er tut doch doch! Die Fier hat ihn nicht getötet einfach! Digga, das Timing war... Göttlich! Achso! Warte, wo bist du? Bitte! In die Nails! Von Heather? Ich weiß, dass er spielt! Ich weiß, dass er spielt! Ich weiß, dass er spielt! Hahaha! Ich wusste! Hahaha! Wie sieht das aus? Warte noch mal! Einmal mit der Gitarre! Mach die Blender! Mach nochmal! Gitarre, komm! 5 seconds left! Was soll denn da scheiße? Was macht denn der? Das ist für ein dummer Gegner! Ohne Scheiß! Hahaha! Reload! Hahaha! Ich hab Marvin so gefickt, Alter! Du mich oder ich dich! Was macht der? Was macht der? Haben wir voll Elite Squad? Geht doch nicht! Was? Ich kann nur Twitch nehmen! Ich kann auch nur Slash & Twitch nehmen! Egal, ich nehme einen anderen Elite Guy! Mach! Ja, so sieht gut aus! Ja, voll Elite! Guck mal! Ich komme mal nach oben! Halt! RELOADING! Haha! Was? Ich dachte du bist tot! Hat der Mikro von Wosen richtig grad übersteuern kann? Haufen! Müsste ich anschließen eben! Mach mal noch, red mal zu seinem teammate! Ah ne, ich kann das nicht direkt reinstellen. Warte, ich kann eben mein Mikrogan... Ja, Mann. Was soll ich ihm sagen? Ja, can you hear us? So richtig laut. Hey, girl, can you hear me, man? Oh Gott, Alter, meine Ohren. Vor allem, ich wurde vorgewarmt. Ich wollte keiner's lauter. That's what she said. Okay, Lern, du kannst... Will du it, man? Will du fett schon sein, man? Weißt du, ich hab's vor dem Hörst. War das gut? Der ist aber Marvin in Game Jungen. Oh Mann, ey. What's going on here? Hey, hey, hello, hello? Alter, blutende Ohren sind unvertrieben, ey. Nein! Oh, das war ne schöne Night. Das war auch ne schöne Night. Oh, die bleibt doch so. Die, man soll sich einfach zumachen? Oh! Oh mein Gott. Ey, Marvin. Scheiß, ist echt was. Exposed. Ja, kommt der Callis. Ist hier an der Wand. Spray voll drauf jetzt gleich. Warte. Wenn er auf... Wenn's aufgeht, hau voll rein. Junge! Ihr seid echt köln, ey. Ich hab gesagt, halt voll rein. Und du rennst rein. Ja, ja. Das ist jetzt mal rein. Ich wollte rennen einfach. Nein, ich dachte, wir beide sprayen einfach voll auf diesen Eingang. Ich hab gesagt, halt voll drauf. Ich dachte, das heißt, so viel wie ich schieß voll rein. Ja, im Sinne von mir hab ich irgendwie umgedacht in Rennvoll rein. Baustelle. Nein! Nein, im Süden. Yes. Das war Ash sogar. Holy shit. Ich wusste nicht, dass ich dann direkt fliege. Holy shit. Ich auch nicht. Ich meinte eigentlich, keine Ahnung wen. Warte, macht man hier Rotations, wenn man hier ist? Das rankt es. War hier ne Kämpf ist. E-Bow ist es einer. Diese Waffe ist einfach nur süß. Das ist ein Jiga neben der Geisel. Peng. Ja, ich könnte dronen, aber die sind beide im Raum. I'm gonna trust you. Achtung, fertig. Toll, Jiga auf B. Egal. Egal, der liegt in der Geisel. Der hat mich damit geholt. Es liegt von der Geisel in Havon. Kann nicht mehr, ey. Direkt links daneben. Ich seh's nicht mal. Du musst das glaube ich hinter den Fässern, ne? Nein, das ist so nicht dein. Let's fucking go. Nice. Renn in den Frost Trap. Komm, komm. Ach, das ist die letzte Runde. Junge, wie du das... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat so ganz schnell nach oben geguckt, oder? Irgendwie. Ich weiß nicht, was passiert. Ja, er hat den Dicke geschossen. Da, er hat sich mega erschrocken. Oh shit. Du hast gewonnen. Oh, Elite. Zip. Jetzt. Zip. Ich finde das echt eine der coolsten Animationen. Weißt du, was cooler wäre? Man hätte die in der Hand behalten, hätte unser Team getötet. We ride together. Ja man, we die together. Ich probiere das nicht.